Schön guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich muss mich entschuldigen, ich kann auch nur auf Deutsch, weil ich lange Zeit in Deutschland lebe. Sehr gut. Guten Morgen von Herrn Abed Najib. Er ist sich entschuldig, dass er seine Sprache in Deutschland in Deutschland gibt. Aber wenn Sie Fragen haben, dann werde ich Sie helfen. Ich glaube auch die Feinheit, dass es wichtig ist, um den Thema Afghanistan zu sprechen, dass ich das zur Sprache nehme, wo ich auch Sie damit richtige Informationen gebe. Ich möchte mich über diese Dinge sprechen, die er Ihnen die beste Informationen geben kann. Ich bedanke mich für die außerordentliche große Konferenz, was Sie in kurzer Zeit auf den Bein gestellt haben. Das zeigt, wie das Thema Afghanistan so wichtig ist auf der Welt. Nicht alleine in Afghanistan, nicht irgendwo in Europa, in Wissens, sondern insgesamt. Die ganzen Persönlichkeiten, die heute zusammengekommen sind, um über das Thema Afghanistan zu sprechen, das zeigt uns die Wichtigkeit Afghanistan. Mr. Najib would like to thank for this conference and, well, the huge amount of very important speakers and the participants from all over the world show the importance of the topic of Afghanistan, not only in Europe, not only in the United States, but everywhere in the world. And that's why the Afghan people are very happy that this conference is taking place, so that we have peace there, after all. 24 years of war and more than 9 million refugees show that Afghanistan needs support. Wir haben eine Geschichte vergessen, von 96 bis 2001. Eine Geschichte haben wir vergessen, von 96 bis 2001. Wir haben die Geschichte vergessen, zwischen 1996 und 2001. Ist der wichtigste Blatt für Frieden in Afghanistan, hier ist in Deutschland gelegt worden. 2001 in Petersberg. Zum ersten Mal hat eine Machtübergabe in Afghanistan stattgefunden, dass er keine Tote gegeben hat. Das zeigt, dass wirklich die afghanische Volk, der Vertreter der Afghanen, hier in Westen in Europa ein friedliches Stein für Afghanistan gelegt hat. Das zeigt, dass die Menschen eine sehr friedliche Basis in Europa für die Stabilität von Afghanistan gelegt haben. Natürlich, wir haben nicht einfach. Es ist nicht einfach, natürlich. Es ist die Verwaltungsstruktur, was in Afghanistan seit 2001 mit Unterstützung von internationaler Gemeinschaft gegeben worden ist, haben wir auch positive Dinge gezeigt, international. Ich bin stolz, heute zu sagen, wir haben eine Verfassung. Mr. Najib ist sehr stolz, dass sie sagen, dass Afghanistan eine Konstitution hat. Ich bin stolz, dass sie sagen, gab es eine Parlamentenwahl nach 34 Jahren wieder in Afghanistan. Mr. Najib ist sehr stolz, dass sie sagen, dass es eine Parlamentswahl gab, nach 34 Jahren. Wir haben eine stabile Währung. There is a stable currency. Wir haben zur Zeit, dass sie 6,5 Millionen Mädchen und Jungs gehen zur Schule. Besuchen sie für ihre Zukunft, für ihr Land, eine Ausbildung. Natürlich gibt es eine Verwaltung, wie wir uns vorstellen. In Europa oder Westen ist es nicht möglich, in Afghanistan zur Zeit, dass wir ein bisschen Geduld haben müssen. Aber an der Seite gesehen, Afghanistan und das afghanische Volk mit Unterstützung von internationaler Gemeinschaft wird ihr Land aufbauen. Aber wir haben auch gesehen, dass die afghanische Regierung und die afghanische Leute dieses Land aufbauen werden, mit der Unterstützung von ihren internationalen Partnern. Dieses Jahr haben wir drei wichtigste Forum in Afghanistan. Einmal die Nationale Ratversammlung Lloyd Jelliger, Yergi Moshwarati, das nächste Woche stattfindet, am 2. Juni. Zweitens haben wir die Kabuler Konferenz, nach dem Konferenz, was in London stattgefunden hat. Zum ersten Mal wird es in Afghanistan eine internationale Konferenz geben, wo alle Weltgemeinschaften dort über 60 Staaten vertreten sind. Und es geht um Afghanistan, um afghanische Volk, in Afghanistan. Das ist nämlich wichtig. Für die ersten Mal haben wir die Afghanistan-Konferenz in Kabul stattgefunden, was sehr großartig ist, weil es um Afghanistan, um die afghanische Regierung, um die Menschen, und es wird wirklich in Afghanistan stattgefunden, nicht woanders stattgefunden. Und drittes, was wichtig ist, ist eine demokratische Aufbau der Parlamentenwahl in Afghanistan. Zum zweiten Mal, dass er stattfindet. Und drittes, wir haben das demokratische Aufbau der Afghanenwahl in Afghanistan. Todes allem, ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass Afghanistan nicht was stattgefunden hat. Allerdings können wir nicht sagen, dass in Afghanistan nichts stattgefunden hat. Alleine wenn ich sehe, welche Bürgerinnen und Bürger der internationalen Gemeinschaft ihre Leben für Frieden in Afghanistan gelassen haben. Wir müssen nur über die Bürgerinnen und Bürger der internationalen Gemeinschaft, die ihre Leben für Frieden in Afghanistan verloren haben. Welcher Einsatz der gesamten Staat, der gesamten Gemeinschaft, der gesamten Gemeinschaft möchte, Afghanistan zu unterstützen, die internationale Gemeinschaft. Das zeigt, wie wichtig ist das Thema Afghanistan. The commitment of the international community shows how important the Afghanistan topic is. Afghanistan wird nicht nur in alleine Unterstützung in einer nationalen Gemeinschaft. Auch besonders die Nachbarstaaten Afghanistan müssen mitelfen, dass Afghanistan aufgebaut wird und eine zufriedliche Lösung kommt. We don't only need the support from the international partners, but Afghanistan needs the support of its partners next to the borders. Ich möchte gerne nochmal mich bedanken, dass sie mir zugehört haben. Besonders danke mich bei Ihnen, dass wir es übersetzt haben. Mr. Najib would like to thank you, that you all listen to him. Und wir werden nachher in Diskussion über eine Frage, das würde ich gerne beantworten. Vielen Dank nochmal. If you have any questions, Mr. Najib would like to answer them. Thank you very much.